Smart District Mödling ist ein Projekt, das alle Gemeinden im Bezirk Mödling zusammenführt, wo es darum geht, gemeinsam in der Verwaltung zusammenzuarbeiten oder auch gemeinsam ein Leitbild zu erstellen. Das ist für uns auch ganz wichtig, weil der Bezirk Mödling sehr zusammengewachsen ist und weil es durchaus Sinn macht, hier gemeinsam dieses Leitbild zu erarbeiten. Das Projekt Smart District Mödling umfasst alle 20 Gemeinden des Bezirks und wurde in acht Schwerpunkte gegliedert. Diese sind Verwaltung, Leben, Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Energie, Infrastruktur und Wirtschaft. Wir haben in der Zwischenzeit bereits 40 Projekte eruiert, die wir heute und morgen umsetzen wollen. Projekte, die von den Bürgermeistern entsprechend auch bewertet wurden und nach ihrer Bewertung dann auch durchgezogen werden. Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister arbeiten auf freiwilliger Basis sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Gemeinsam arbeiten sie eine Auswahl an unterschiedlichen gemeinsamen Projekten. Ein Projekt, das wir auch gemeinsam bereits umsetzen, ist die Installation von Photovoltaik-Anlagen und wir konnten im letzten vergangenen Jahr die installierte Leistung im Bezirk Mödling 100 Prozent steigern. Mein Lieblingsprojekt ist das Piano Perpedes, bei dem die Kinder in sehr spielerischer Form lernen, mit einer Tastatur umzugehen, Musik zu produzieren und dabei Bewegung und Spaß zu haben. Das Piano Perpedes ist eine ganz tolle Geschichte. Die Kinder kommen an eine spielerische Art und Weise zu Musik. Weil man mit den Fußenspielen kann. Eines meiner ganz wesentlichen und Lieblingsprojekte ist natürlich der Lückenschluss unseres Radwegnetzes. Nicht nur deshalb, weil ich selber wirklich überzeugter und leidenschaftlicher Fahrradfahrer bin, sondern weil das einfach auch gerade in unserem Bezirk ein Gebot der Stunde ist. Und ich glaube und ich spüre auch, dass man da sehr, sehr gut unterwegs ist. Und hier ist es auch notwendig, gemeinsam Aktionen zu starten, gemeinsam auch als Bezirk Mödling aufzutreten, um auch eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den anderen Bezirken und der Stadt Wien zu haben. Da sind wir auf einem sehr guten Weg in einer regionalen Leitplanung, die wir in Zukunft umsetzen wollen. Ein Bezirk, 20 Gemeinden, 40 Projekte. Das ist der Smart District Mödling.